Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und der Erdbeer. Der Herr sei in euch und in deinem Geist. Diesen Gottesdienst wollen wir mit aufrechten und dankbaren Herzen feiern. Gott will, dass wir ehrlich zu ihm, zu unserem Nächsten und zu uns selbst sind. Wir bekennen, Herr, wir haben vor dir gesündigt, in Gedanken, Worten und Herzen. Darum bitten wir Gott, alle Heiligen und euch, Gründer und Schwestern, um Vergebung unserer Schuld. Der Herr, erarme sich unser Ernehmer von uns Sünden und Schulden und mache uns zu lebendigen Gliedern seiner Heiligen Kirche. Amen. 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 Um deines Namens willen Herr, verzeih uns, führige Geleyser. Amen. Herde habe ich, Jesus, verabse ich, herde, Herr, verabse ich. Wende dich mir zu und sei mir genehm. Christen, he soothing. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Den Herrn will ich preisen in seiner Gemeinde. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, wie ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Befreie mein Herz von der Angst und rette mich, führige Eleison. Amen. 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 Amen.